Höh Freunde, konzert, höh, boah, konzert wie du meine Freunde, Unge mit harte Ansage an YouTube, man, er hat keinen Bock mehr, weil er gestrikt wurde. Unge, das ist der Resultat, weil du einen Reaction-Kanal hast. Was erwartest du? Die Leute wollen verdammt nochmal mit dem Content auch Kohle machen. Natürlich wird man auch nochmal gestrikt. Damit muss man doch leben, wenn man Reaction macht. Du musst ja auch mal bedenken, dass die Leute viel Arbeit in ihren Content stecken und dann reagierst du einfach drauf und dann wird das monetarisiert. Du machst also Kohle mit anderen Leuten, du machst Hack mit anderen Leuten Content, sowas macht man eigentlich auch nicht. Deshalb ist das Resultat. Auf Twitch kannst du vielleicht machen, aber auf YouTube geht das verdammt nochmal nicht. Hören doch den anderen Leuten auch mal ihr Hack. Keine Ahnung, wenn hier irgend so ein Rapper oder jemand, der sich richtig Mühe mit den Videos gibt, du reagierst einfach drauf und ziehst dann das ganze Hackgeld auf dich, Mann. Das ist doch nicht gut, derjenige will auch seinen Hack haben. Nur als Tipp. Okay meine Freunde, das war für die Flöten. Abonniert, like nicht vergessen meine Freunde und bis zum nächsten Mal meine Freunde.